1908, der Live-Radio-LASK-Podcast. Immer LASK, immer LASK, ey, ey. Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, der typischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, er ist 38 Jahre alt, geboren in Baden-Beiwien, ist dreifacher Familienvater, steht beim LASK in der Coaching-Zone mit Kappe und im trendigen 1908-Street-Wear. Seit einigen Tagen ist es fix, er wird unser Team auch ins neue Jahr und hoffentlich ins obere Playoff führen. Herzlich willkommen, Andi Willand. Vielen Dank für die Einladung. Traditionell, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Stefani-Bock, ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd. Ja, die Auswahl ist riesengroß, aber ich nehme bitte ein Glas BWT-Wasser still. Passt. Für mich ein Zipfer-Stefani-Bock. Prost, Andi. Prost. Andi, wir sind zwei Tage vor Weihnachten. Wie geht es dir? Schon alle Geschenke besorgt? Die Geschenke sind alle besorgt. Wie jedes Jahr für die Kinder meistens zu viel. Aber ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Was Weihnachten betrifft, habe ich keine Bedenken mehr. Ich vermute, ein Geschenk für dich war noch vor Weihnachten die Frage geklärt zu bekommen, wie es im Jänner weitergeht. Gratuliere zur Verlängerung einmal vorweg. Du bleibst LASK-Trainer. Spürst du sowas wie Erleichterung? Ein bisschen, wenn du uns an deiner Gemütslage teilhaben lässt. Ja, vielen Dank einmal. Ja, Erleichterung schon. Ich denke, aber riesengroße Dankbarkeit einfach für das Vertrauen, das man der Verein entgegenbringt. Den Weg weitergehen zu wollen, ist eine richtig große Herausforderung, eine richtig spannende Aufgabe. Und ich werde mein Bestes geben, um die nächsten Wochen und Monate erfolgreich zu gestalten. Damit unsere Fans ein bisschen besser kennenlernen, gehen wir in Medias Res und starten mit den Anfängern als Spieler und als Trainer. Andi, du kommst aus Wien, beziehungsweise aus der Umgebung von Wien, geboren bis 1983 und hast als kleiner Bub bei Erla angefangen. Was hat dich damals zum Fußball gebracht? Ja, ich glaube, wie es in vielen Familien ist. Zwei ältere Brüder, die schon früher mit dem Fußball begonnen haben. Da geht halt dann der kleine Bruder am Fußballplatz mit und möchte dann irgendwann einmal auch die Dress anziehen und mitspielen. Sowas bei mir auch. Ich denke, dass wir eine Familie haben, die im Fußball verankert ist. Wo wirklich sich viel um den Fußball dreht. Habe dann, wie du schon angesprochen hast, bei einem kleinen Verein, der zwar geografisch in Wien liegt, aber im Niederösterreichischen Verband gemeldet ist, begonnen. Habe dann einen Wechsel vollzogen zu einem größeren Verein in Wien und bin dann über diese Schiene auch in den Vorläufer von der Akademie gekommen, das damalige BNZ nach St. Pölten. Und habe dort auch dann Einsätze im Nachwuchs-Nationalteam feiern dürfen. Darf ich dir da kurz noch ein paar Sachen zu diesen ersten Schritten befragen? Ja. Interessiert mich natürlich. Du warst bei Rapid im Nachwuchs. Wie war es in Hütteldorf diese Jahre, die du im Nachwuchs verbracht hast? Sehr schön, weil Rapid dann doch angesehen ist in Europa, man viel in Europa herumfährt zu Turnieren, sie messen kann mit internationalen Mannschaften. War schöne Zeit, sind auch noch einige Freundschaften bestehen geblieben mit ehemaligen Mitspielern. Kann ich nur Gutes sagen. Okay. Wie viel Ausbildung hast du parallel zu deiner Fußballkarriere als junger Spieler gemacht? Ja, so wie es jeder macht. Also Volksschule. Okay. Bin dann ins Gymnasium gewechselt, anschließend in die Oberstufe und habe dann auch maturiert. Okay. Und parallel dann auch zu meinem Betreiben des Erwachsenensports zwei Studien absolviert. Wow. Okay. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Nachwuchszeit. Du hast dich gerade auch angesprochen, du bist dann als Junior zu St. Pölten gekommen. Wie war diese Zeit in Niederösterreich als Kicker? Ja, sehr schön, aber auch schwierig. Also bei St. Pölten, glaube ich, wenn man sich ein bisschen die Geschichte des St. Pöltener Fußballs anschaut, dann ist nicht immer alles glatt gelaufen. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich schon mit 16 den ersten Einsatz in der zweiten Liga feiern durfte. Wow. Aufgrund der Umstände war es dann aber so, dass der Verein in Konkurs gegangen ist, durch einen sehr dubiosen Investor dann Wahrheit am Leben gehalten werden sollte. Das hat sie dann ein bisschen als Älter herausgestellt. Deswegen war das St. Pöltener Fußball auch in den letzten Jahren dann mit der Gründung des SKN in der Landesliga erst eingegliedert und hat sich ja dann erst in den letzten Jahren wieder hinaufgekämpft in den professionellen Fußball. Parallel dazu ist eben das BNZ entstanden. War eine sehr schöne Zeit, war sehr interessant, weil eben das BNZ St. Pölten damals neu gegründet wurde. Mittlerweile ist es ja auch ein Nachwuchsleistungszentrum mit Akademiestatus, wo viele interessante Spiele auch herausgekommen sind. War auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Bevor du Trainer geworden bist, hast du ja auch einige Zweitliga-Einsätze, auch dann im Erwachsenenalter und Spiele in der Regionalliga gebracht. Was waren deine besonderen Momente in deiner aktiven Sportlerkarriere? Ja, mit Sicherheit die Einsätze, auch in der zweiten Liga, auch die Tore, wobei Schande über mich mit einem Tor gegen den Lask. Und es ist mit meiner Körpergröße und mit meiner Kopfballstärke überraschend, dass das Tor, das ich erzielen konnte, mit dem Kopf war. Aber genauso, was zurückblickend übrig bleibt, ist eine extrem schöne Zeit auch im Nachwuchsnationalteam mit EM-Qualifikationen. Wir haben es leider in unserem Jahrgang nicht geschafft, dass wir uns für Europameisterschaft qualifizieren. Aber die Qualifikationen sind sicher auch etwas, wo man zurückblickt, wo man vielleicht auch ein bisschen die Karrieren verfolgt von den Spielern gegen die man gespielt hat. Ja, das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Egal ob Positives oder Negatives, was war in dieser Zeit als Spieler für die besonders prägend? Ja, ich denke, dass es im Fußball generell so ist, dass man in einem sozialen Gefüge ist. Einfach der Austausch, das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben mit gleichaltrigen Spielern, Freundschaften, die dadurch entstehen, aber natürlich auch eine gewisse Erziehung, die man genießen kann. Das heißt, durch diese Struktur, den österreichischen Weg, der entwickelt worden ist, hat man ja eine Kombination, nicht nur aus einer sportlichen Ausbildung, sondern eben auch aus einer schulischen und Persönlichkeitsausbildung. Und ich denke, das ist generell sehr prägend. Es ist natürlich, wenn man sich im Leistungssport befindet, immer stressig, immer auch druckvoll. Aber es ist halt im Leistungssport so, das steckt schon im Wort drinnen, Leistung, wo man Leistung abrufen muss. Aber ich denke, dass es eine gute Schule auch fürs weitere Leben ist. Dann der Einstieg in das Trainergeschäft. Du bist bei St. Pölten geblieben und hast von 2010 bis 2015 in der Nachwuchsakademie der Niederösterreicher gearbeitet. Vorneweg einmal, wie sind Sie schon mit 27, der Wechsel ins Trainergeschäft? Der Wechsel ins Trainergeschäft war aufgrund dessen, dass ich meine aktive Spielerkarriere dann beenden musste aufgrund einer Verletzung, einer Operation, wo man dann auch ehrlich sagen muss, dass es danach nicht mehr dasselbe war. Und unter Schmerzen Fußball zu spielen, das ist nur eine Zeit lang lustig. Und ich habe dann auch schon relativ früh begonnen, einfach die Trainerausbildungen zu machen in Österreich. Ja, habe dann auch die Möglichkeit bekommen, zuerst als Assistenztrainer in St. Pölten einfach ins Trainergeschäft einzusteigen. Habe so ein bisschen die klassische Ausbildung gemacht. Habe zuerst auch eine U7, eine U10 trainiert. Dann im Anschluss das LAZ, also das Landesverbandsausbildungszentrum. Und in weiterer Folge war ich dann in der Akademie. Und habe sukzessive einfach meine Trainerausbildungen abgeschlossen. Ja, habe so auch den Weg geebnet, dass ich dann eben ins Trainergeschäft auch professionell einsteigen kann. Andi, was war das für eine Verletzung, die dich so zurückgewarfen hat, dass du eine aktive Karriere beenden hast müssen? Eine Knöchelverletzung. Eine Knöchelverletzung, okay. Wie waren diese fünf Jahre in der Akademie bzw. in St. Pölten so im Rückblick? Sehr lehrreich. Also ich glaube, dass es dann schon so ist, wenn man als junger Mensch ins Trainergeschäft einsteigt, dass man viel zu lernen hat. Dass man am Anfang nicht planlos dasteht, aber schon viel aufsorgen muss, sich dann auch orientiert an den Cheftrainern, die man hat, wo man wirklich viel lernen kann. Einfach eine klare Spielidee zu entwickeln oder eine klare Spielidee, sich mit der zu identifizieren. Und das Wichtige ist natürlich bei einem Trainer auch dann, dass man Vermittlungsfähigkeit entwickelt. Das heißt, die Idee, die im Kopf entsteht, dann auch an den Spieler zu transportieren. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor. Ähnlich wie bei Lehrern, die einen Stoff am Schüler beibringen müssen. Dann der Wechsel zum ÖFB. Du warst U17 und U18 Co-Trainer bei Cheftrainer Andreas Heraf. Der ist ja dann noch parallel zu dir auch noch Ritt-Trainer gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie war die Zeit beim ÖFB? Muss ich vielleicht ein bisschen einhaken. Also meine Zeit in St. Pölten geht nicht nur bis 2015, sondern bis 2018. In Wahrheit bis zu meinem Wechsel nach Oberösterreich. Und ein Assistenztrainerjob beim ÖFB ist in Wahrheit parallel. Da finden Lehrgänge statt. Da spielt man gegen andere Nationen, spielt EM-Qualifikation. Und das Schöne war beim Jahrgang 99, dass wir auch eine Europameisterschaft gespielt haben. Eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft. Und das ist halt eine ganz tolle Erfahrung, wenn man mit jungen Menschen, mit der damaligen U17 im Jahrgang 99, wo Christoph Baumgartner, Romano Schmidt, Luca Meisel, Benjamin Osegovic auch im Kader waren, Europameister spielen kann gegen Nationen wie Spanien, wie Deutschland, wie Portugal. Ja, extrem aufregende, spannende Zeit gewesen. Und wir haben sogar die Gruppenphase geschafft, sind dann auch ins Viertelfinale eingezogen. Da sind wir leider unterlegen. Ja, da war der spätere Europameister dann auch eine Nummer zu gewissen. Aber es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Du hast auch von Thrill gerade gesprochen. Das triggert einen natürlich, da in diesem Bereich dann weiterzumachen, oder? Absolut. Du hast ja gerade den nächsten Schritt schon ein bisschen angeteasert. Du bist dann nach Oberösterreich gewechselt und hast von Ronny Brunmayr die Leitung der Akademie in Linz übernommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du nach Oberösterreich gegangen bist? Ja, ich denke, man hat dann gesehen, dass die Entwicklung in der Akademie St. Pölten sehr, sehr gut ist. Es hat dann eine Einladung gegeben vom damaligen Präsidenten oder heutigen Präsidenten noch vom LASK, beziehungsweise auch vom Vizepräsidenten, vom Jürgen Werner. Ob ich mir vorstellen kann, dann auch nach Oberösterreich zu wechseln und da was Ähnliches aufzubauen, war dann schnell gefangen, schnell begeistert. Einfach vom Verein haben wir dann auch Spiele des LASK live vor Ort angeschaut. War begeistert von der Fankultur hier, von dem Rundherum, von der Herzlichkeit, von der Wärme des Vereins. Einfach auch die Vision, die der Verein hat, wo sie hinwollen, was sie entwickeln wollen. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich von Niederösterreich nach Oberösterreich wechsle. Du Adi, wie war der Einstieg als gebürtiger Wiener oder beziehungsweise als jemand, der in der Umgebung von Wien aufgewachsen ist und Ried und Rapid Vergangenheit hat? Also als ich damals gewechselt bin, war ja der nicht komplette Trainerstab, aber ich sage jetzt ein Großteil des Trainerstabs mit Ried Vergangenheit. Das war jetzt eher unproblematisch. Bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich der Jahrhundertfußballer von Ried war. Insofern glaube ich, war das auch ein Vorteil. Nein, also ich kann das nur nochmal wiederholen. Ich bin total warm empfangen worden. Ich bin total glücklich über die Entscheidung, dass ich den Schritt gemacht habe, weil der LASK ein ganz besonderer Verein ist und es sehr, sehr schön ist, da mitarbeiten zu dürfen. Ein Jahr später hast du dann deinen ersten Cheftrainer Posten im Profifußball übernommen und zwar bei dem Altsch-Univers. Ja. Wie war das? Ja, es war eine eher schwierige Situation, was eben die Punkte beziehungsweise den Tabellenplatz betrifft. Ich glaube, dass dann die Entwicklung im Frühjahr sehr, sehr gut war in Kombination mit dem Tobias Schweinsteiger, wie wir die Mannschaft wirklich nach vorn gebracht haben. Wir haben Spieler entwickelt, wir haben Spieler interessant gemacht für den LASK und das ist ja in Wahrheit auch die Zielsetzung. Egal, ob das jetzt eine zweite Mannschaft ist oder ein Kooperationsverein und das macht natürlich Andrena auch sehr, sehr glücklich, wenn er es schafft, einen Marco Ragusch dann hochzubringen oder hochzuhelfen. Den meisten Teil hat er schon selber gemacht. Ja, ich denke, dass das früher damals ein sehr erfolgreiches war. Richtig schwarz-weiße Luft, hast dann in der Bundesliga 2018 geatmet. Wie war die Zeit an der Seite von Valerio Ismail als Co-Trainer vom LASK? Auch wieder sehr lehrreich. Ich denke, dass man, wenn man zurückblickt, sagen kann, dass wir ein extrem gutes Jahr gehabt haben, zumindest der Grundprogramm bis zur erzwungenen Pause dann, bis zur Corona-Pause war sehr, sehr erfolgreich mit tollen Leistungen und guten Ergebnissen. Und ja, war eine richtig geile Zeit auch international mit der Europa League, wo wir doch gegen sehr, sehr namhafte Mannschaften und Vereine gespielt haben und beeindruckende Leistungen gezeigt haben. Und ja, ich glaube, dass das einfach eine richtig geile Zeit für den gesamten Verein war. Ja, dann ist ein Cut gekommen mit dem Abgang von Valerio Ismail. Hast du den Verein 2020 verlassen? Im Nachgang nur ein paar Monate. Aber wie war das damals so? Ja, der Verein hat die Entscheidung getroffen, dass es Veränderungen gibt. Aus meiner Sicht sind dann gewisse Dinge nur zu akzeptieren oder zu registrieren. Was dann medial passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Zeit gebraucht, um es zu verstehen und um auch zu verarbeiten. Ich habe es eh schon bei mehreren Interviews auch gesagt, mein Verhältnis zum Valerio Ismail war sehr, sehr gut. Ich denke, dass wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und ich glaube auch, dass er jetzt in der englischen Championship beweist, dass er Qualitäten als Trainer hat. Während der folgenden Saison bist du dann wieder zurückgekommen und hast zum zweiten Mal bei den Juniors sehr erfolgreich gearbeitet. Du hast dem stark abstiegsgefährdeten Kooperationsklub des LASC mehr oder weniger den Klassenerhalt beschert. War wiederum eine ähnliche Situation wie beim ersten Mal bei den Juniors. Ja, Abstiegsplatz, Punkteausbeute nicht optimal, wobei man das immer in einen Zusammenhang setzen muss. Ich denke, dass es klar ist, dass junge Spieler, die ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball machen, dass man da sowohl bei Leistungen als auch bei Ergebnissen gewisse Schwankungen erwarten muss. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man Spielern einfach zum nächsten Step verhilft. Das heißt, dass man Spieler begleitet, noch näher Richtung Kampfmannschaft, noch näher Richtung Bundesliga zu kommen. Und natürlich dann ist es auch schön, wenn man aus der Gefahrenzone möglichst schnell rauskommt, weil es sich dann auch leichter spielen lässt oder die Erfolgserlebnisse auch dazu führen, dass Dinge gefestigt werden. War wieder ein sehr erfolgreiches Frühjahr mit einem auch wieder schönen Abschluss, wo man Wacker Innsbruck, ohne dass es jetzt irgendwie eine persönliche Geschichte ist mit Wacker Innsbruck, die Meisterparty vermisst haben und aus der Klagenfurt dazu verholfen haben, aufzusteigen. Ja, war dann auch noch ein krönender Abschluss für ein gelungenes Frühjahr bei den Juniors. Danke mir soweit. Gleich reden wir mit Andi Willand über weitere spannende Themen, so zum Beispiel seinen Schritt zurück zum LASC auf die Trainerbank, Entwicklung des Teams in den letzten Monaten, Fragen der Fans aus der Kurve und natürlich ein Ausblick auf das kommende Jahr. Als Partner des LASC interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASC, genau wie du, urtypisch Zipfer. Mit Dominik Thalhammer bist du dann zum LASC zurückgekommen und hast auch diesmal wieder als Co-Trainer angeheuert. Was hat dich dazu veranlasst, es nochmals beim LASC zu versuchen? Was mich dazu veranlasst hat, ich denke, dass im Sommer dann wieder die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr, sehr gut waren. Auch mit Dominik, der vorgestellt hat, was er vorhat, es aufgrund von diversen Umständen dazu gekommen ist, dass das Trainerteam sich verändert hat von der Vorsaison auf eben die heurige Saison. Ich natürlich schon den Verein unterstützen möchte, wo ich kann und für mich dann die Entscheidung, wieder zum LASC zu wechseln, relativ schnell getroffen wurde. Dann der Abgang von Thalhammer und der Schritt zum ersten Chefposten in der ersten Bundesliga zu einem relativ schwierigen Zeitpunkt. Wie war das vor ein paar Monaten so im Rückblick? Wie war die Gefühlslage damals? So wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, dass wir in einer Situation waren, die nicht einfach war, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben, weil wir trotz guter Leistungen, ansprechender Leistungen, einfach die Punkte nicht eingesammelt haben und dadurch eine Abwärtsspirale entstanden ist, wo es wirklich für jede Mannschaft, für jeden Verein ist schwer rauszukommen. Und ja, wurde dann eben gefragt, ob ich es interimistisch übernehme bis zum Ende des Jahres. Und auch da kann ich wieder nur sagen, wenn der Verein Unterstützung von meiner Seite erfrägt, dann ist das für mich relativ klar. Und ja, ich denke, dass wir wichtige Schritte gesetzt haben, aber noch lange nicht dort sind, wo wir hinwollen. Mit den beiden Siegen zum Schluss gegen Rieder und Austria Wien lebt die Chance auf die oberen Sechs. Wie siehst du die Entwicklung des Teams in der Rückschau so kurz vor dem Jahreswechsel? Ich habe schon zu Beginn gesagt, wo aus meiner Sicht eben die Hebel sind, an denen es gilt, anzusetzen. Ich denke, dass wir da auch eine Entwicklung gemacht haben, eine gute Entwicklung gemacht haben in diversen Bereichen, nicht in allen. Dass wir jetzt trotzdem noch immer die Chance haben, ins obere Playoff zu kommen, ist aus meiner Sicht sehr positiv. Wir wissen aber auch, dass die Situation im Frühjahr nicht einfach ist. Wir haben den Start mit dem Cup-Spiel gegen Salzburg, ist nicht unbedingt die einfachste Auslosung. Aber wir haben auch in den letzten Jahren schon bewiesen, dass wir gegen Salzburg bestehen können. Dass wir gerade in einem Cup-Spiel, wo es wirklich um eine Einmaligkeit geht, alles dann setzen werden, um trotzdem auch im Cup hochzukommen. Und dann ist die Rechnung relativ einfach. Wir haben noch vier Spiele, die ausstehen. Wir werden drei Siege brauchen, um ins obere Playoff zu kommen. Wir werden alles daran setzen. Wir wollen nach oben. Und wir werden natürlich jetzt auch die Vorbereitung dazu nutzen, um diese Ziele zu erreichen. Die Auslosung in der Meisterschaft mit Klagenfurt, Admirer, Salzburg und WRC ist am Papier auch nicht besonders einfach. Aber trotzdem machbar. Und solange diese Chance lebt, werden wir alles dafür geben, eben genau das umzusetzen. Generelle Frage, was braucht es denn der Meinung nach, dass es beim LASK wieder kontinuierlich vorwärts, schrägstrich aufwärts geht? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, es war immer so dieser Leitsatz, back to the basics oder zurück zu den Wurzeln. Ich denke, dass es ganz entscheidend ist, dass wir wieder eine richtige Kultur haben. Das heißt, dass wir uns die Dinge erarbeiten, nicht erkaufen. Dass wir mehr machen als die anderen, mehr hacken als die anderen. Ich bezeichne das auch jetzt bewusst als hacken, weil es eine richtig anstrengende Arbeit ist. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, werden wir auch wieder dorthin kommen, wo wir hingehören. Im fußballspezifischen Bereich gibt es einige Dinge, die man verbessern kann, wo man Potenzial hat, wo man Luft nach oben hat. Ob das die Intensität ist, die wir über 90 Minuten halten wollen, ob das einfach auch wirklich diese physischen Daten sind, diese Gesamtlaufdistanz, diese Sprints, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Da gilt es einfach anzusetzen und wieder dorthin zu kommen, dass es für jeden extrem unangenehm ist, gegen den LAS zu spielen. Dass es eklig sein muss, nach Pasching zu kommen, dass da in Wahrheit keiner her will und genauso auswärts einfach als extrem unangenehmer Gegner wahrgenommen zu werden. Fußball ist ein recht schnelllebiges, ergebnisorientiertes Geschäft. Personalentscheidungen wirken dabei oft nicht immer fair. Wie geht es dir persönlich aus dieser Perspektive mit dem Geschäft Fußball? Ich glaube, dass beim Fußball und der Politik jeder mitreden kann. Das ist so und das ist zu akzeptieren. Manche Meinungen haben mehr Substanz, manche haben weniger Substanz. Aber ich glaube einfach, dass wenn man die bewusste Entscheidung trifft, im Fußball oder in der Politik zu arbeiten, dass man damit leben muss. Gewisse Dinge, die dann negativ laufen, zu kommentieren, Kritik zu äußern, das steht jedem zu. Aber manche Dinge kann man überhören und manche Dinge kann man sich durchaus zu Herzen nehmen. Was benötigst du persönlich für eine Arbeitsumgebung, um selber optimale Leistungen erbringen zu können? Ein gutes Team. Ich denke, dass es absolut wichtig ist, gute Mitarbeiter zu haben, auf die man sich verlassen kann. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Das ist bei jedem so. Wichtig ist, dass man seine Stärken kennt. Wichtig ist aber auch, dass man seine Schwächen kennt. Und die Dinge dann auch einfach abfangen zu können durch gute Mitarbeiter. Der Live-Radio 1908-Podcast ist ja vor allem ein Fan-Podcast. Ich hoffe, es passt für dich, wenn ich dir ein paar Fragen aus der Kurve vorspüle, die uns dankenswerterweise ein paar Spätzchen aus der Kurve geschickt haben. Und du entscheidest dann einfach, auf was du antworten willst. Okay? Jürgen Walsitschläger von Kommando Kremstahl. Ich kenne den Andreas Wieland schon vom Radio B138 und seine Philosophie. Gefällt mir recht gut. Aber meine Frage ist, wie wollen wir das kompensieren, dass man wieder mehr aus Standardsituationen bzw. auch aus hohen Bällen Kapital schlagen kann? Uns fehlen ja die großen Spieler. Nach jedem Korn oder Einwurf haben wir früher fast jedes zweite Mal Kapital daraus schlagen können. Jetzt machen wir keine Tore aus Korn oder Freistößen oder egal was. Ja, der Jürgen ist ein Experte. Das hat er gut analysiert. Das haben wir in der Analyse auch so wahrgenommen. Ich denke, dass er aufgrund der Transfers gewisser Größenvorteil oder Kopfballstärke verloren gegangen ist. Ich denke aber auch, dass man jetzt im Laufe des Herbstes gesehen hat, dass wir sehr, sehr gute Varianten implementieren konnten in unser Spiel oder in die Standards. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Tor denkt, dass der Sascha Horwath gegen Sturm Graz geschossen hat aus einem seitlichen Freistoß, das war kein Zufall, sondern das war planmäßig. Aber es ist definitiv auch so bei den Neuerwerbungen, dass wir eine gewisse Größe brauchen. Der Jürgen hat angesprochen, die Standards in der Offensive, wo wir Kapital daraus geschlagen haben vor nicht allzu langer Zeit, wo wir aus langen Einwürfen Kapital rausschlagen haben können, wo wir aus Eckbällen mehr Tore erzielen konnten. Aber auf der anderen Seite auch, dass wir bei Standards defensiv anfälliger geworden sind. Und das ist auch zurückzuführen auf die Körpergröße, nicht nur, aber auch. Und ja, da werden wir auch unsere Schlüsse daraus ziehen. Analysiert haben wir es ähnlich wie der Jürgen, Aber es wird natürlich bei den Neuverpflichtungen auch um gewisse Körpergröße und Kopfballstärke gehen. Okay, der Nächste ist der Herr Essmann, der Christian Zentl. Ja, hallo, Zentl Christian. Der Andi hat ja natürlich schon mit einigen Cheftrainern beim LASG zusammengearbeitet. Und mich würde interessieren, was hat er sich von wem mitgenommen? Betrefft Taktik, Motivation, Mannschaftsführung. Und zweite Frage, es gibt so ein Gerücht, dass vor allem mit Valerie Ismail das Zwischenmenschliche im Trainerteam nicht so ganz funktioniert hat. Was ist da dran? Ja, danke. Zum ersten Punkt, was ich von den Trainern mitnehmen konnte, ist Gott sei Dank so, dass die sehr unterschiedlich waren. Und ich denke, dass man von jedem wirklich viel mitnehmen hat können. Oliver Glasner, den habe ich jetzt direkt so nicht mitbekommen. Wir haben viel Austausch gehabt, weil es einfach andere Bereiche dann auch gegeben hat in der Akademie, Spielphilosophie etc. Wo es für mich beeindruckend war, wie hoch seine Arbeitsmoral ist, wie klar seine Idee von Fußball ist, wie gut er die vermittelt. Auch der Umgang dann mit Spielern, die vielleicht nicht so oft zum Einsatz kommen. Einfach wirklich die Motivation auch bei allen Spielern hochzuhalten. Und ja, auch dieses Wertesystem, das er hat. Einfach Dinge, die er von seinen Spielern einfordert. Auch eine relativ harte Hand, sage ich jetzt einmal. Das war beeindruckend. Bei Valerie Ismail war es absolut so, dass er große Motivationsfähigkeiten gehabt hat. Dass er wirklich die Spieler gepusht hat. Und natürlich auch beim Valerie seiner Vergangenheit einfach diese internationale Erfahrung als Spieler und als Trainer in der deutschen Bundesliga, in der Premier League, Erfahrungen gesammelt zu haben. Ich habe dann auch beim Valerie mitbekommen, dass er sich mit erfahrenen Trainern auch oft austauscht. Einfach um gewisse Dinge noch besser zu verstehen, um noch mehr Zusammenhänge kennenzulernen. Und bei Dominik Dahlhammer, der bis ins kleinste Detail versucht zu analysieren, sich über sehr, sehr viele Dinge Gedanken macht, Lösungen versucht zu finden. Also da waren viele Dinge dabei, die man mitnehmen kann. Man muss halt für sich selbst immer abschätzen, worauf legt man Mehrwert, wo legt man den Schwerpunkt. Was ist vielleicht für die eigene Arbeitsweise nicht optimal oder nicht so wichtig. Und der zweite Punkt zum Zwischenmenschlichen. Ich habe mit Valerie Ismail ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt auf zwischenmenschlicher Ebene. War wirklich immer auf Augenhöhe die Kommunikation. Und von der Seite kann ich absolut nichts Negatives sagen. Ich habe das schon bei einem Interview einmal gesagt, seine Beratung dann, mit der hatte mehr Schwierigkeiten. Okay. Dritte Fanstimme ist der Andi Broderhofer. Servus Wolfgang, servus Andi. Mein Name ist Andreas Broderhofer vom Ferienclub Salzkammergut. Zuerst darf ich mir Andi einmal gratulieren zur Vertragsverlängerung und zur Bestellung als Cheftrainer bei unserem Verein. Meine erste Frage wäre, welche Ziele setzt er du als Trainer, kurzfristig, mittelfristig und langfristig mit dem LASK? Und die zweite Frage, gibt es schon konkrete Wunschkandidaten für die Transferzeit jetzt im Winter, die du vielleicht schon mit dem Sportdirektor besprochen hast? Vielen Dank einmal für die Gratulation. Die Ziele sind, glaube ich, relativ klar. Es war jetzt nach der Übernahme oder nach der Freistellung von Dominik und der Übernahme von mir, so einfach wieder in die Spur zu finden. Ich sage jetzt, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Leistungen und Ergebnissen. Das Nahziel mit Erreichen des oberen Playoffs ist, glaube ich, auch schon heute thematisiert worden und formuliert worden und einfach diesen Weg dann weiterzugehen. Und ich glaube, dass der Verein eine extrem spannende, geile Zukunft vor sich hat, weil er wirklich alles dafür tut, dass sich der Verein entwickeln kann. Egal, ob das jetzt das neue Stadion ist oder wenn man sich auch die Entwicklung hier im derzeitigen Trainingszentrum anschaut, in Pasching, wo einfach wirklich viel dafür gemacht wird, dass man professionell arbeiten kann. Und ja, ich möchte dem mitarbeiten und helfen, dass der LASK wirklich eine erfolgreiche Zukunft hat. Das ist mein Wunsch. Ich denke, dass, so wie ich es schon vorher gesagt habe, dass der LASK extremes Potenzial hat, extrem geile Fanbase hat mit unglaublicher Stimmung. Wenn man sich das dann im neuen Stadion umlegt von, ich glaube, 6.000 in Pasching auf 20 in Linz dann. Oder wenn man sich zurückdenkt an Europa-League-Abende auf der Google, ja, das sind Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Und ja, wichtig ist einfach, die Basis zu legen für gute Zukunft. Wunschspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich einige. Da geht es aber immer darum, ob sie auch realisierbar sind. Und ich denke, dass wir unsere Aufgaben gemacht haben, in Bezug auf das, was jetzt im Moment fehlt, beziehungsweise aus unserer Sicht noch in die Mannschaft gehört. Und Namen jetzt zu nennen, solange die Unterschrift noch nicht da ist, beziehungsweise die Tinte trocken ist, ist eine Wasserstandsmeldung abgegeben, von solchen Sachen bin ich kein Fan. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr interessante Kandidaten haben. Ich bleibe trotzdem noch kurz drauf, ich versuche es. Es ist ja die Rede von einem vorherigen Verteidiger und von einem Knipser im Sturm. Inwieweit bist du da in die Suche eingebunden? Wie ist da die Rollenverteilung? Ja, die Rollenverteilung ist, so wie ich es auch schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, also grundsätzlich ist mein Austausch mit der Scouting-Abteilung und mit dem Wujo, mit unserem Sportdirektor dahingehend, dass ich mir natürlich auch ein Bild mache über die Kandidaten und dann eine Einschätzung abgebe. Du hast es schon angesprochen, vielleicht nochmal zurück auf Sommer 2021. Da ist es ja darum gegangen, der eine oder andere arrivierte, erfahrene Spieler hat den nächsten Schritt gemacht, ist in eine höhere Liga gewechselt, wo der Verein ja in Wahrheit auch immer das Zugeständnis gemacht hat, dass er das erlaubt oder genehmigt. Und ich denke, gerade wenn man jetzt den Gernot Trauner hernimmt, überragende Leistungen über Jahre gebracht in der Europa League, in der österreichischen Meisterschaft, da war es, glaube ich, auch nur mehr eine Frage der Zeit, dass er eben, wenn wirklich ein lukratives, gutes Angebot kommt, dass er das dann auch macht. Aber wenn man jetzt nochmal den Herbst Revue passieren lässt, dann ist es ja auch aufgrund von Verletzungen so, dass der Peter Filippowitsch oder der Philipp Wiesinger nicht zur Verfügung standen sind. Wir haben dann junge Innenverteidiger gehabt, die ihre Sache aus meiner Sicht phasenweise sehr, sehr gut gemacht haben, aber wo man auch nicht diese Stabilität verlangen kann oder diese Konstanz verlangen kann. Und aus meiner Sicht ist es dann eben entscheidend, auch, dass man dann die richtigen Schlüsse daraus zieht und agiert. Und da geht es einfach darum, dass wir eine gewisse Mentalität und Erfahrung in die Mannschaft bringen wollen. Und bei einem Stürmer, auch da ist in der Rechnung, glaube ich, oft untergegangen, dass die Stürmer oft nicht zur Verfügung gestanden sind. Und da wird man auch einen Spieler brauchen, der auf hohem Niveau schon bewiesen hat, dass er Tore erzielen kann. Wenn alle Spieler fit sind, Gott sei Dank ist Andi Gruber wieder zurück nach der Verletzung, die ja sehr schwerwiegende Verletzung war und der in den letzten zwei Spielen extrem aufgezeigt hat. Oder Husi Balic, der in der letzten Partie bei der Austria, aber auch schon in der Conference League richtig gute Leistungen gebracht hat. Gojge, der es schon bewiesen hat. Der Marco, der auch sehr erfreulich wieder zurück ist und ich hoffe, jetzt nicht mehr zurückfällt und kleinere Probleme hat, sondern das konstant zeigen kann. Und dann glaube ich einfach, dass wir wirklich viel Potenzial in der Mannschaft haben, um unsere Ziele zu erreichen. Danke, mir so weit. Nach unserem vorweihnachtlichen Social Break reden wir mit Andi Will und noch über weitere spannende Themen, so zum Beispiel, was am Trainerjob toll und was am Trainerjob weniger toll ist. Kommentare im Netz, Führungsstil, Umgang mit Rückschlägen und natürlich die Wünsche ans Grießkindl. Isa wünscht sich zum Geburtstag ein neues Handy. Darius, die neueste Konsole. Jakob, ein paar Sneakers. Mara, ein Hochbett. Und ich weiß schon lang, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Jedes fünfte Kind in Österreich ist arm. Spenden Sie jetzt. www.kinderarmut-abschaffen.it Volkshilfe. Mehr als Hilfe. Ruhe und Zeit sind vermutlich Dinge, die jeder Trainer gerne hinrechend viel zur Verfügung haben möchte. Kannst du davon genügend beim LASK bekommen, in Anbetracht der aktuellen, ich sage es jetzt einmal, angespannten Tabellensituation? Ich glaube, Ruhe und Zeit ist, was man im Fußballgeschäft als Trainer selten bekommt. Weil es einfach ein Geschäft ist, wo es um Ergebnisse geht, wo es darum geht, einfach in der Tabelle gewisse Plätze einzunehmen, Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass es aber dann trotzdem entscheidend ist, dass man versucht, sein Bestes zu geben. Und wenn die Entscheidungsträger anderer Meinung sind, einen anderen Weg gehen wollen, dass man das dann auch zu akzeptieren hat. Ich denke, dass der Verein LASK Besonderheit hat, indem er wirklich darauf schaut, dass zuerst einmal die Leistung im Mittelpunkt steht und die Ergebnisse bei guten Leistungen automatisch kommen. Und diese Ruhe und diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, hätte man bei vielen anderen Vereinen nicht. Bei uns hat man sie. Es sind noch vier Spiele. Was war für dich ein erfolgreicher Grunddurchgang, wenn man das Thema KPIs, Erfolgsfaktoren, nochmal hernimmt? Also ein erfolgreicher Grunddurchgang wäre es dann, wenn wir wirklich ins obere Playoff kommen, so wie ich es vorher schon erwähnt habe. Es ist keine leichte Aufgabe, es ist eine machbare Aufgabe, aber keine leichte. Wir haben schon über die letzten vier Spiele gesprochen, dass das jetzt von der Auslosung nicht leicht ist, aber wir trotzdem mit drei Siegen den Sprung über den Strich schaffen können. Und das muss unser Ziel sein. Man muss aber, glaube ich, auch da realistisch sein. Und es gibt andere Möglichkeiten, sollte man nicht über den Strich kommen, trotzdem eine erfolgreiche Saison zu spielen. Es gibt ja aufgrund des neuen Modus mit Qualifikationsgruppe und Meistergruppe auch die Möglichkeit, selbst noch als Achter europäisch zu spielen. Und das heißt, die Welt wird nicht untergehen, aber trotzdem, wir wollen nach oben und wir werden alles dafür tun, dass wir es schaffen. Coole Ansage. Ich gehe einmal die zwei Möglichkeiten durch, dröseln wir es einmal auf. Variante A, wir schaffen den Sprung ins Meisterplayoff nicht. Und es geht um die Qualifikation. Was kommt da auf uns zu? Dann kommt auf uns zu, dass wir das erste Mal im unteren Playoff, so wird es ja oft bezeichnet, spielen, wo es wirklich darum geht, jede Mannschaft möchte halt den Abstieg abwenden. Das heißt, es werden, so wie die letzten Jahre bewiesen haben, keine unbedingt attraktiven oder schönen Spiele werden. wird viel auf Kampf und einfachen Zugang zum Erfolg stattfinden. Aber es ist dann eben auch, und das macht die Attraktivität der Qualifikationsgruppe auch aus, doch noch die Möglichkeit, in den europäischen Bewerb einzuziehen. Ich glaube, dass jetzt der eine oder andere Verein auch gezeigt hat, dass so ein Jahr oder ein Halbjahr in der Qualifikationsgruppe für einen Neustart auch nicht so schlecht ist, wenn man sich anschaut. Rapid war vor drei Jahren, glaube ich, in der Qualifikationsgruppe. Die Austria war jetzt zweimal hintereinander, hat sich wieder stabilisiert. Nochmal, die Welt wird nicht untergehen, aber natürlich will jeder im oberen Playoff schaffen, weil du damit schon mal den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft hast. Du hast das ja gerade angesprochen. Gibt es sowas wie Abstiegsangst, Abstiegskampf, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Und auch du, die als Coach einer vermutlich nicht ganz so sicheren Truppen da auseinandersetzen dürfst? Also Abstiegskampf und Abstiegsangst war zu keiner Zeit da, selbst als wir am letzten Tabellenplatz waren, weil die Mannschaft einfach über viel Potenzial besitzt. Und ich dann schon denke, dass wir das aus eigener Kraft schaffen, nicht am 12. Platz zu sein. Es ist immer die Frage, was ist man gewohnt? Und ich glaube, es haben jetzt auch viele Mannschaften bewiesen, die absteigen und in der nächsten Saison versuchen, um einen Aufstieg zu spielen, diesen Switch herzustellen. Das ist nicht immer einfach. Oder umgekehrt, Mannschaften, die aufsteigen, dann um einen Abstieg spielen, das sind halt Situationen, die für viele Spieler ungewohnt sind, die vielleicht psychologisch auch nicht ganz so einfach sind. Es war aus meiner Sicht auch so, dass jetzt die Situation oder der Tabellenplatz für viele nicht gewohnt war, für viele neu war und das schon im Kopf auch was gemacht hat. Aber wichtig ist es einfach auch, so wie ich es oft erwähnt habe oder oft betont habe, einen kühlen Kopf zu bewahren und positiv zu denken. Ich finde, dieses Draufhauen dann ist verständlich, der Ärger ist verständlich, aber es bringt den Spieler nicht weiter und der Spieler muss motiviert werden, ist motiviert, möchte keine Spiele verlieren und da geht es einfach darum, den Spieler zu unterstützen, von jeder Seite und auch von der Stelle kann ich nur sagen, selbst bei überschaubar guten Spielen, die wir in dem Herbst abgeliefert haben, wie unsere Fans uns trotzdem 90 Minuten oder 95 Minuten nach vorne treiben und motivieren und pushen, das ist schon was ganz Einzigartiges in der Bundesliga. Da kenne ich andere Stadien, wo Mannschaften hinten sind, wie dann die Fans reagieren. Das ist, glaube ich, bei uns, da kann man sehr stolz sein, dass man so einen Rückhalt hat. Kommen wir zur positiven Variante B, alles läuft gut und wir schaffen das obere Playoff. Was ist dann drinnen noch in der Saison national oder international? Wenn wir es schaffen, ins obere Playoff zu kommen, dann glaube ich, muss man trotzdem auch die Situation realistisch einschätzen und sagen, dann ist nicht alles perfekt und nicht alles super, was in der Saison passiert ist, sondern dann muss man einfach trotzdem die gesamte Situation bewerten oder die gesamte Saison bewerten und sagen, okay, was hat Anfang der Saison nicht funktioniert? Und ich glaube, weil man einfach über den Strich ist, dass dann alles super ist oder super war und man das dann eh problemlos geschafft hat, sondern einfach eine realistische Einschätzung des Ganzen zu haben. Und dann glaube ich, haben auch die letzten Jahre bewiesen, dass aufgrund der Punkteteilung viel möglich ist. Von Platz 1, den nehme ich jetzt einmal, den Klammer ich ja ein Stück weit aus, das ist schon sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen, aber von 2 bis 6 und auch bis 6 ist alles möglich. Ich glaube, die Kritik in den letzten Jahren war, dass die Meisterrunde nicht optimal gelaufen ist für uns, das gilt es auch ordentlich analysiert zu haben und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, falls wir es schaffen. Kommen wir zum internationalen Aspekt, wo wir ja noch in der Conference League dabei sind. Wer wäre denn Lieblingsgegner im Conference League Achtelfinale, so namhaft zu sein, so auf die Kache, wann Celtic und Marseille zum Beispiel? Ja, ich glaube Celtic einfach in Schottland zu spielen, vor so einer Kulisse, schottischer Fußball, was ganz Besonderes, ist ein extrem attraktives Los. Marseille im Stad Velo Drum zu spielen, gegen so einen Traditionsverein, ich sage, würde ich beide nehmen. Super, ich war wahrscheinlich auch jedes Mal dabei. Die Fensterschwarz-Weißen waren im heiligen Jahr mehrfach verärgert, du hast das schon angesprochen, ob es über den Verein ist, die Spieler und auch vielleicht über die sportlichen Verantwortlichen, das eine oder andere Mal, die Unruhe war zum Teil groß, die Themen vielfältig, hast du da Verständnis für den Ärger aus der Kurve? Für mich ist der Ärger absolut nachvollziehbar, aber ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, wir haben überragende Fans, wir haben auch überragende Unterstützung, dass dann bei dem einen oder anderen Spiel auch mal Pfiffe da sind, das ist nochmal zu akzeptieren, wenn wir gewisse Dinge nicht gut machen, dann glaube ich, kann man jedem, der enthusiast ist und Fan ist vom Lask, verstehen, dass er dann seinen Unmut auch äußert, ich finde trotzdem, dass gewisse Dinge im Rahmen bleiben müssen, mir ist jetzt auch einmal die Frage gestellt worden, was Social Media betrifft und Kommentare, da fehlt mir irgendein Gen, das lese ich immer nicht durch, aber Fußball, ich glaube, da gibt es ja den Spruch, dass es neun Millionen Teamchefs gibt in Österreich, da hat jeder eine Meinung, da weiß es jeder besser, das ist zu akzeptieren, aber so wie ich es auch vorher schon gesagt habe, es gibt Meinungen, die ein bisschen mehr Nachhaltigkeit haben und es gibt welche, die einfach nur ein bisschen aktionistisch und populistisch sind, ja, aber dass man, wenn etwas nicht optimal rennt, Unmut äußert, ist nachvollziehbar, aber auch da nochmal wiederholt, so wie unsere Fans agieren und wie sie die Mannschaft trotzdem unterstützen, auch wenn die Leistung nicht optimal ist, auch wenn wir mal verlieren, das ist schon einzigartig und ich glaube, dass haben sich viele Spieler über Jahre verdient oder erarbeitet und wenn das so bleibt, dann glaube ich auch, dass man sowohl die, die am Feld stehen, als auch die, die auf der Tribüne sitzen oder stehen, wieder eine schöne Zeit erleben. Du hast ja einen längerfristigen Vertrag bis 2024 unterschrieben, der Plan ist also über die laufende Saison hinaus die Schwarz-Weißen zu trainieren, was ist die Vision, wie schafft der Laskes unter deiner Führung langfristig erfolgreich zu performen? Das ist eine sehr gute Frage, natürlich auch keine einfache Frage, was entscheidend ist, ist einfach, dass man jetzt aus der schwierigen Situation wirklich die richtigen Konsequenzen zieht. Ich denke da auch in Bezug auf Spielstil, auf Durchgängigkeit, auf wie möchte man Spiele entwickeln. Ich denke, dass wir auch aufgrund des Konstrukts wirklich viele Möglichkeiten haben. Wir haben eine tolle Akademie, wir haben einen super Kooperationsverein in der höchstmöglichen Liga, wo man spielen kann als Zweitvertretung oder Kooperationsverein, wo man es wirklich schaffen könnte, nachhaltig zu arbeiten. Das ist mal der eine Punkt. Ich persönlich finde, dass das Stadion als Jahrhundertprojekt überragend ist. Es war ja auch die Einweihung und, Entschuldigung, Spatenstich, wenn man sich da anschaut, wie das Stadion ausschaut, was für Möglichkeiten es dann gibt, egal ob es für die Spieler dann ist, im regenerativen Bereich, im sportmotorischen Bereich, aber im fußballspezifischen Bereich auch, dann ist das überragend. Auf der anderen Seite sage ich, aber man muss die Weichen jetzt schon legen. Es reicht dann nicht zu sagen, sobald das Stadion steht, ist alles super, sondern wir müssen jetzt damit beginnen, dass wir einfach wirklich eine erfolgreiche Zeit dann auch im Stadion feiern können. Ich glaube, dass viele Dinge gut analysiert worden sind, wo man Handlungsbedarf hat, wo man Optimierungsbedarf hat und das gilt es jetzt einfach in die Wege zu leiten und nicht darauf zu warten, dass die Raiffeisen Arena dann 2023 steht. Da war mal ich dort, was kannst du als Cheftrainer dazu beitragen, dass die Fans die Google neu begeistert stürmen? Ja, aus meiner Sicht kann man viel dazu beitragen. Es geht darum, wirklich an attraktiven, aber vor allem auch erfolgreichen Fußball spielen zu lassen, wo die Fans gern ins Stadion kommen, so eine Mannschaft, so ein Lars gern sehen, einfach wieder diese Intensität auf den Platz zu bringen, diese unbedingten Willen, die Mentalitätsmonster, da bedarf es einiger Dinge, die man verbessern müssen, einfach wirklich, so wie ich es auch vorher schon angesprochen habe, einfach eine Kultur reinzubringen, dass man sich die Dinge erarbeitet, mehr macht als die anderen, natürlich dann auch wieder mit einem sehr, sehr zügigen Spiel, Richtung gegnerischem Tor, aggressiven Spiel, gegen den Ball, um möglichst hoch Balleroberungen zu haben, bei Standards wieder Varianten zu haben, die die Fans begeistern und ja, so wie der Jürgen auch gesagt hat, Spieler in den Rhein zu haben, die den Ball unbedingt über die Linie drücken wollen. Du bist seit 2010 Fußballlehrer beziehungsweise Fußballcoach, Fußballtrainer, was gefällt dir an dem Job am meisten und worauf kannst du bei dem Job am ehesten verzichten, am liebsten verzichten? Den zweiten Teil beantworte ich gleich, weil der ist relativ easy, auf Niederlagen kann ich verzichten. Das ist etwas, was kein Trainer gern hat, was die Spieler nicht gern haben und ja, man spielt, um zu siegen und das sind auch dann auch die schönen Dinge am Job. Was ich extrem, also extrem erfüllen und ja, befriedigend sehe ist einfach, wenn man die Entwicklung von Spielern sieht, wenn man sieht, wie junge Spieler zum Verein stoßen, den nächsten Schritt machen, sich in gewissen Bereichen weiterentwickeln, vielleicht dann auch von namhafteren Vereinen oder von größeren Vereinen in höheren Ligen verpflichtet werden, wenn man dann den einen oder anderen, den man auch mitbegleiten durfte, im Nationalteam sieht, also selbst, als ich da nicht im Betreuer-Team war, aber als ich dann gesehen habe, als der Wisi im Nationalteam aufgelaufen ist und das Tor erzielt hat, als der Gernot das Tor erzielt hat, da freut man sich extrem, da sitzt man daheim und freut sich zumindest über einen kleinen Beitrag, den man vielleicht auch dazu geleistet hat. Die Spieler sind zumindest am Podium mit dir, Piatou, wie und wann hat sich diese, ich sage einmal, vereinfacht dargestellt, amikale Form etabliert und eine Folgefrage dazu, wie würdest du generell deinen Führungsstil beschreiben, aber man den natürlich jetzt nicht auf du und sie reduzieren kann? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt mittlerweile noch einmal einen Trainer, bei dem ich es zu 100% weiß, dass er sich sitzen lässt von den Spielern, das ist der Louis van Gaal, der lässt sich aber auch von seinen Kindern sitzen und in der österreichischen Bundesliga und meines Wissens auch in der deutschen Bundesliga der Julian Nagelsmann wird Julian genannt und nicht Herr Nagelsmann und ich glaube, dass das wenig damit zu tun hat, ob man dann Autorität ist oder ob man Respekt erhält, sondern es geht eher darum, wie man dem Spieler gegenüber tritt, es geht um Kommunikation auf Augenhöhe, es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, dass man gewisse Dinge einfordert, und auch Konsequenzen gibt, wenn die Dinge nicht erfüllt werden oder auf der Strecke bleiben und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass du oder dass sie, das ist mir da herzlich wurscht, also da geht es mir einfach nur darum, ich verlange Respekt, ich erweise aber auch Respekt, das finde ich als viel entscheidender und nicht ob du oder sie und mein Führungsstil, ich glaube schon, dass ich eine gewisse Distanz zu den Spielern habe, weil die notwendig ist, trotzdem glaube ich, dass ich versuche auch die Spieler zu motivieren, beziehungsweise Gespräche zu führen, wenn es eben gerade eine schwierigere Phase gibt, und ja, ich kann auch lauter werden und strenger sein, ich finde immer diesen Widerspruch ein bisschen seltsam, da auf der einen Seite wirklich scheinbar knorrig, habe ich jetzt auch irgendwo mal gelesen vom Laola-Artikel, also knorrig, mit dem Begriff fange ich persönlich weniger an, auf der anderen Seite bin ich amikal, ja, ich glaube, dass ich einen Führungsstil habe, der sowohl wertschätzend ist, aber auch mal streng sein kann. Okay, die meisten Menschen haben so einen inneren Circle, einen inneren Kreis, speziell auch im Krisenmodus, der steht dir zur Seite, wenn es einmal nicht so rund läuft. Ja, auf der einen Seite meine Familie, da bin ich sehr glücklich, dass ich eine Frau habe, die sich bei Fußball nicht auskennt und das eher aus einer Metaebene betrachtet, da jetzt wenig Fußball-Inputs gibt, sondern eher, ja, zum Beispiel soziale Dinge oder psychologische Dinge mit mir bespricht. Meine Kinder geben auch immer, ich sage jetzt, das nenne ich wie einen Akku-Auffüller, weil meine Tochter freut sich zwar mit mir gewinnen, aber die sagt auch nach einer Niederlage, ist nicht so schlimm und ja, ich glaube, dass wir beim Last dann extrem viele Mitarbeiter haben, die sehr unterstützend sind. Das ist natürlich der innere Kreis, inner Circle, so wie es du gesagt hast, ist einfach das Trainer- oder Betreuer-Team, wo wir uns wirklich austauschen, wo wir auch versuchen, die Dinge sehr sachlich anzugehen, die Emotionen rauszunehmen, weil es dann doch oft ein bisschen passiert, dass man emotional Energie verliert, wo man ja keine richtigen Lösungen findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Trainerteam und Betreuer-Team richtig gute Arbeit leistet, einfach wirklich die Dinge realistisch, pragmatisch einzuschätzen und vor allem sehr lösungsorientiert zu denken. Du hast eingangs gesagt, was die Spielerkarriere betrifft, du hast relativ bald aufhören müssen durch eine schwere Verletzung. Wie gehst du selber mit Rückschlägen um? Also das war jetzt so für mich auch so ein Referenz-Zeitpunkt deines Lebens. Wie gehst du selber mit Rückschlägen um? Hast du da Rituale entwickelt, spezielle Tricks, die dir dabei helfen? Ja, habe ich. Also ich habe ja zwei Studien absolviert und das eine Studium war Lehramt und das zweite war Psychomotorik und bei der Psychomotorik geht es, das ist ja integrativ, ganzheitliches Erziehungskonzept über Bewegung, über das Medium Bewegung und ja, da gibt es die Psychohygiene und ich glaube, dass es schon wichtig ist, bei Rückschlägen auch ja, gewisse Möglichkeiten zu haben, einfach Dinge beiseite zu schieben oder die Wichtigkeit herauszunehmen, die Emotionalität herauszunehmen. Ich gebe folgendes Beispiel, in der derzeitigen Phase ist es so, es geht darum, etwas aufzubauen, es geht darum, etwas auf Schiene zu bringen, es geht darum, Weichen zu legen, zu setzen. Das ist eher, wenn man über Kinder nachdenkt, beim Spielen, die bauen einen Turm. Als Ausgleich zum Beispiel habe ich in meinem Keller umgebaut oder etwas zerstört, damit ich diesen Ausgleich habe und ich denke einfach, dass dieser Widerspruch dann oft hilft, aber wichtig ist es einfach trotzdem, gerade im sportlichen Bereich, auf der sachlichen Ebene zu sein, die Dinge realistisch einzuschätzen, auch eine gute Feedback-Kultur zu haben, Kritikfähigkeit zu haben, nicht beleidigt zu sein, wenn man Kritik hört. Jeder macht Fehler. Ich könnte in den vier Monaten jetzt nicht behaupten, dass ich fehlerlos agiert habe, aber wichtig ist es einfach, die Fehler dann auch anzuerkennen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. auch in einem turbulenten Jahr bei dem heurigen hat es zahlreiche Highlights gegeben, man denkt nur an die internationalen Erfolge mit dem Gruppensieg. Was waren deine persönlichen Highlights im Last-Year? Ich würde mal sagen, die Conference League überhaupt europäisch zu spielen, ist einfach ein riesen Highlight. Es ist nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer. Wenn man dann auch noch 16 Punkte macht, ein Tor kassiert, als bestes Team, als bester Verein, in der Gruppenphase dann überwintert, dann ist das schon ein tolles Erlebnis. Wenn man sich dann auch noch vielleicht die einzelnen Spiele vor Augen führt, dann bleibt vor allem das Spiel gegen Makabi Tel Aviv im Kopf, wo man in der 89. Minute den Siegestreff erzielen in einem sehr, sehr schwierig zu spielen im Stadion, wo es wirklich extrem laut war, extrem gehässig war, weniger aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund der Leistung der Israeli in den letzten Wochen scheinbar. Und so auch den Gruppensieg dann in Wahrheit eintütet, das ist halt dann schon überragend. Und auf der anderen Seite genauso, wenn man zu Hause auch in einem sehr, sehr schwierigen Spiel den oberösterreichischen Konkurrenten ins Nuss schlägt. Ein privates Highlight war sicher der Geburt deines dritten Kindes. Gratuliere dazu. Du bist dreifacher Papa. Wie gefällt es dir mit der Familie bei uns? Sehr gut. Meine Kinder sind in Oberösterreich schon sozialisiert, bis am Kleinen. Die fühlen sich da extrem wohl. Zwei Kinder sind ja jetzt auch schon in Linz geboren. Ja, es ist überragend für meine Kinder. freue mich auch, dass es ihnen da so gut geht und hoffe einfach, dass es die nächsten Jahre genauso ist. Abschließend, wo werdet ihr Weihnachten uns den Jahreswechsel verbringen? Wir werden Weihnachten aufgrund der Umstände zu Hause feiern, klarerweise und freuen uns schon sehr drauf. Ich habe hier vorher schon erwähnt, wahrscheinlich mit ein bisschen zu vielen Spielzeugen und Geschenken für die Kinder. aber für die Kinder ist das einfach eine richtig schöne Zeit, richtig geile Zeit, die sie sicher für ihn abspeichern werden und die wollen wir natürlich für die Kinder so schön wie möglich gestalten. Ganz kurz, wann geht es mit der Arbeit im nächsten Jahr los? Ich sitze heute am 22.12. auch im Büro und im Studio, sehr angenehme Arbeit heute, aber es ist trotzdem Arbeit und wir werden uns am 30. nochmal zusammensetzen im Trainerteam und dann ist der Start für das Trainerteam am 3. Jänner und mit den Leistungstests beginnen wir, wo die Spieler dann dazukommen am 6. Jänner. Und was natürlich um diese Jahreszeit nicht fehlen darf, was steht bei dir am Wunschzettel fürs Christkindl privat und für den Lask? Also privat einmal, in Zeiten wie diesen vielleicht doch nicht so einfach gehalten, aber ich wünsche mir einfach Gesundheit für meine Familie, dass es uns gut geht. Ist halt doch eine eher schwierige Zeit, speziell für die Kinder und da wünsche ich mir einfach, dass wirklich alle gesund bleiben, auch allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben und beruflich, dass der Lask wieder in Sphären kommt, wo er hingehört, dass er sportlich erfolgreich ist, dass wir eine super Entwicklung nehmen, dass wir ein wunderschönes Stadion, das wird 2022 nicht ausgehen, aber ein wunderschönes Stadion in Zukunft sehen, dass die Fans, die Spieler den Klub weiterhin so überragend unterstützen, wie es es in den letzten Jahren gemacht hat und dann glaube ich, steht einer erfolgreichen Zukunft nichts im Weg. Lieber Andi, großen Dank für deine Zeit so kurz vor Weihnachten, super, dass du dabei warst beim Live Radio Lask Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Dankeschön. Alles Gute, viel Gesundheit und Glück dir, deiner Familie und allen aus der Lask Familie, die uns zuhören, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2022. Danke, ciao. 1908, der Live Radio Lask Podcast.